Ich bin gerne draußen und verbringe viel Zeit bei uns am Starnberger See. Ich erwarte von einer Creme, dass sie mich pflegt und schützt und genau das tut Paar. Die meisten von den Sonnenblumen, die ich benutze, mag ich wirklich nicht. Sie sind sehr steckig, blockieren meine Poren, machen meine Gesichter schützt und schützt. Es ist wirklich nicht so gut. Dann habe ich ein Paar gefunden. Es ist nicht nur sehr schnell, aber auch meine Hände sind nicht so steckig. Die Texturen rufen fantastisch. Als Innerschweizer Bergler sind Edelweiss meine Lieblingsblumen. Ich habe darum auch Paar probiert und bin begeistert. Das sanfte Eindringen in die Haut. Dann den Edelduft und die vielen Anwendungsmöglichkeiten. Meine Haut hat sich verändert. Sie fühlt sich gesünder und dynamischer an. Als aktiver Unternehmer muss ich meinen jungen Leuten voraus sein. Sie sind mindestens punkto frischi von der Haut. Vielen Dank. Darübchen. Das ist super.